Die Chefsache Business Lounge aus Lindau mit dem Thema Milliarden für die Mobilität, das Megaprojekt Stuttgart 21. Das sind die Gäste bei Rolf Benzmann, Georg Brunnhuber. Der Bahnexperte ist sich sicher, die Gegner werden auch zehn Jahre Nachfertigstellung immer noch demonstrieren. Und Karl Christian Bay, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Er sagt, wir haben keine Alternativen zu Großprojekten und er fordert endlich mehr Planungssicherheit. Die Chefsache Business Lounge mit Rolf Benzmann am Samstag, 26. Januar um 22.30 Uhr bei Regio TV.